Die 1-1 ist nicht so direkt im Kontakt. Das soll... Ja, wenn fertig ist, ist es nicht umgebaut. Und was halten Sie davon? Die sind angebracht, kommt immer darauf an, nach dem Tiergruppe. Bei D&I, weil die beschäftigen wir ja jetzt. Da sind ja auch keine gewachsene Herren, da ist die Welt wie in der Natur, dass alles verwandelt wird und nicht mehr zusammengewirkt wird. Es gibt Elefanten, die aktivieren generell Menschen. Also, es ist ja allgemein. Der Elefant wird immer verpitscht, samt Wies und so weiter. Aber man hat ja keinen Einfluss mehr. Wenn die untereinander Stress machen, müssen Sie zusehen, wie das miteinander da kommt. Also, es wird direkt auf die Schutze kommt. Und dann hast du noch keinen Einfluss mehr. Das am Gitter, aber wenn es dann Schutzimpfungen sind oder Flut abnehmen und die finden das nöde, dann ist es vorbei. Oder wenn sie sich schwere Verletzungen zugemacht haben, die weh tun, so haben sie Vertrauen zu uns. So? Na, du hast ja? Hm. So? Genau. Das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja dann ein Palais. Ja, da laufen ja dann auch zum Palais, aber das ist ja auch so viel gewesen. Ach so, ja. Da kann man das auch zum Palais, ne? Ja, das ist ja so. 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 Das ist ja so. Vielen Dank.